So, wir sind in Grain angekommen, an Donau-Camping. Mal gucken, wie es heute wird. Hinter uns ist nämlich eine Straße. Man hört es wahrscheinlich auch, also richtig laut. Wir checken jetzt erstmal ein und dann, ja, es ist noch nass von heute Morgen, es war ja neblig. Wir hoffen, es trocknet schnell, dann Schlafsack rein und dann zum gemütlichen Teil des Tages. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen im Ufer lang. Bis später!